Hi Leute, ich bin hier in einer verlassenen Kirche. Jetzt guckt euch das mal an hier. Ey, die ist noch vollständig eingerichtet. Hier ist kein Vandalismus. Also so, hoppla, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Guckt euch das an hier. Der absolute Hammer. Ich gehe mal davon aus, dass hier mal die Orgel war. Guckt euch das an. Das ist ja echt mal jetzt wirklich der absolute Hammer. Hoppla, hier, Tassen, alles noch da, Leute. Guckt euch das an. Boah, Leute, guckt euch das an hier. Also Wasser läuft nicht mehr. Alter Schwede, guckt euch das an, Leute. Hier ist nochmal die Kirche von oben. Das habe ich euch jetzt gezeigt. Dann gehen wir mal runter. Alter Schwede, hier ist kein Vandalismus, Leute. So was sieht man echt selten. Strom gibt es hier leider auch nicht mehr. Alter Schwede, guckt euch das an hier, Leute. Das ist der absolute Hammer. Leute, guckt euch das an. Wahnsinn. Guckt euch das an, Leute. Das ist ja wohl echt mal der Hammer. Kein Vandalismus. Alter Schwede, hier ist der Altar, das Kreuz. Hier hat der Pfarrer auch besprochen. Leute, guckt euch das an. Das ist der absolute Hammer. Eine vandalismusfreie Superkirche. Alter Schwede, alter Schwede. Der Wahnsinn. Jesus Christus. Brot des Lebens. Leute, guckt euch das an. Das ist echt der Hammer. Hier war wohl so eine Art Aufenthaltsraum. Hä? Hier liegen noch so ein paar Werkzeuge rum. Hier ist die Küche. Boah, Leute, guckt euch das an. Hier ist kein Vandalismus. Alles noch in Ordnung. Der absolute Hammer. Guckt euch das an, Leute. Nur ans Fenster gehen wir natürlich jetzt hier nicht. Hier ist der Kühlschrank. Boah, guckt euch das an. Alles sauber, Leute. Das ist echt der Wahnsinn. Der absolute Hammer, Leute. Ey, sowas habe ich noch nicht erlebt, Leute. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wahnsinn. Der Heizungsraum. Toiletten. Alles sauber. Kein Vandalismus. Und die Kirche steht echt schon seit längerer Zeit leer, Leute. Wahnsinn. Da fehlt mir echt, da fehlen mir echt die Worte bei sowas Schönes. Leute, der absolute Hammer. Guckt euch das an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis später.